so so das ist mir jetzt genauso gemacht du 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 boah alter hab ich mich gerade verfranst so hier wird die tür 1 2 3 der franzelung die kann man auch mal einsacken weil gute ausleuchtung ist das a und o so ist gut und dann hier noch so da ist es ja dann läuft es ja wohnung wir müssen hier gemacht da und da ok ja kann man ja dann so machen so auf jeden fall müssen wir jetzt noch ein bisschen fackeln craften ja das finde ich auch schön dann haben wir immer so einen guten ausblick nach unten in die hölle so wo wir jetzt mal acht so fackle fackle mackle fackle erst mal vor Ort noch auf auf so so Prozent 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 zu innen gemacht und ist ich muss in kommen ja schon wieder ja hey am right yeah ma so Ja, perfekt ausgefackelt. Jetzt kann man noch ein bisschen Holz für da mal den Boden reinzuziehen, das hat mich gerade ein bisschen gestört. So. Lass mal das da. Vielleicht wenn wir auch ein bisschen mehr hier drüben sind, spawnen da auch ein bisschen mehr Zeug, also Eier. Ja, finde ich super, so, danke, so, es gibt ja zum Glück keine einen Block großen Monster, finde ich super, dass es das nicht gibt, weil sonst hätten wir noch größere Probleme, da müssen wir nämlich alles ausbauen. Es gibt, es gibt Cave-Spider-Spinnen. Cave-Spiders-Spinnen? Was ist das? So Cave-Spinnen-Spinnen. Das gibt ja die Cave-Spinnen, die sind ja einen Block groß oder sogar einen halben irgendwie. das ist schon komisch ich mag die viecher echt nicht das ist auch klein also die hätten sie sich echt sparen können weil gift spinne wie tf wieso gerade noch an der stelle wo wir dann nicht kaum sagen wir mal hinkommen wenn man stirbt die dinger drückt dann auch der mensch ist auch das ist nicht schön ich hoffe mal dass ihr hier immer spawnt vielleicht können auf gras flächen auf meine insel Prozent hier wird es Prozent Prozent Eier vier Tropen setzen wir holen O Ich habe fast schon den ganzen Koppel verbraucht hier für unsere Insel. Dann müssen wir immer noch die 2 Sticks Bricks die wir dann noch haben rausholen und dann noch ein bisschen die Farm weiter fertig bauen. Wenn wir das dann jetzt fertig gebaut haben, ist die Aufnahme schon beendet, dann haben wir nämlich die 49. Folge, also in der 49. Folge sind wir gerade. Oh ja, ne? Warte, Moment. So, wala, wala. Wir brauchen 5, wir haben jetzt 1 Stunde, 7 Minuten, 8 Minuten aufgenommen. 3, ja, guck mal, 4, 5, ja, werde ich schon irgendwie so schneiden, dass es 5 Folgen sind. Und, ja, Gott, weil, 50. Folge, große, große Aufnahme, 30 Minuten, also die Hälfte jetzt, von der, was wir bis jetzt aufgenommen haben, das ist dann schon ordentlich, ne? So. Wisst ihr, was jetzt echt super gewesen wäre? Immer, ich habe irgendwie so die Angewohnheit, das mitten in der Aufnahme zu machen, einfach mal mein Mikro zu checken, ob ich es überhaupt angeschaltet habe. Wäre jetzt diese Aufnahme Mikrolos gewesen, also stimmenlos, dann fände ich das echt verdammt scheiße. Da würde ich echt rage-en. Rage-en-Mage-en. Na, da wäre ich der wütende Magier, der Rage-Mage. Oh mein Gott, weil ich schlabere. so ausleuchten fackeln da so fackeln wichtig so du und du mitkommen nein Nein. Das ist nett. Das ist nett. Scheiße. Böse Menschen. Ganz böse. So. Haben wir das auch. Ich bin schon leicht behindert. Ganz leicht. So ist es also. So. Woll ich ins End. Dann gehe ich Adventure Map machen. Die Sau krass die Adventure Map. Ist mein Ernst. Die ist sauhart. Wie mein. Nein. Ne. Ne. So was fange ich erst gar nicht an im Let's Play. Weil sonst artet das aus. Ja. Es eskaliert dann. Lecker. So. Ne. Brauchen 20 Stufen. So. Ne. Ne. In die Nase fliegen. Und das war los mit den Fische. Sie sind noch krank. Schon pervers sowas. Ich mache es jetzt auf. Ja. Fuck. Wir haben ja noch. Wir haben ja noch. das Fickvieh ist mir einfach echt in die Nase geflogen das Kitzelt das war zum Glück nur so eine kleine Mücke kein so ein Riesenvieh, das wäre noch abartiger gewesen Bah das geht ab Mücken die Menschen in die Nase fliegen so oh oh doch Gott Leute was geht Scheiße, bin ich fast runter geflogen Kacke Boah ey die jetzt runtergefallen wäre wäre ich gestorben an Treppen runterfall Rittis schon wieder, Alter, was geht denn? na, ne ist doch nicht normal sowas ich stelle los mit dir oh ne oh Alter jetzt habe ich reagiert ey wäre ich aber runtergefallen, ich wäre wirklich runtergefallen Boah scheiße, das geht ab ja so langsam, so langsam stirbt es, es stirbt einfach so, machen wir die zwei Stacks, Koppel pff, 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 geh weg pff, pff, weg naja runterfallen mit der Mücken in der Nase so läuft das heutzutage und ich will das jetzt noch fertig zukriegen, ey fuck mich ab so so danke schätzelein so 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 jo nein böse so so da 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 hab ich jetzt voll das recht auf das Lied, das ist voll das Patente ja also wenn irgendeiner jetzt da macht dann sperrt die Gamer das Video ja so aufpassen und werden die so recht auch noch fertig genug hier der hinde noch der hinde noch und der will ob du noch fackeln da fackeln wir nicht lange bin ich lustig so mehr fackeln kann man echt einfach nicht hinstellen es geht nicht wo ist so danke leute fürs zuschauen ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten mal also bei der folge 50 skyblock also